Wir haben insgesamt vier Evangelien, die uns über das Leben Jesu berichten. Und wenn man die nacheinander liest, dann liest sich das erstmal wie die gleiche Geschichte. Wo sollten auch die Unterschiede herkommen? Alle berichten uns ja über die Person Jesu, was sie gesagt und getan hat, wie sie ihr Leben verbracht hat, bis zum Ende mit der Kreuzigung. Auf den zweiten Blick erst werden Unterschiede deutlich. Aber nicht, wenn man die Evangelien hintereinander liest, sondern nebeneinander. Am deutlichsten tritt dies zu Tage zwischen den synoptischen Evangelien und dem Evangelium von Johannes. Synoptische Evangelien, was sind das? Das sind die Evangelien von Markus, Matthäus und Lukas. Synoptisch heißt so etwas wie Zusammenschau. Man hat die deswegen so genannt, weil die sehr viele Parallelen aufweisen. Wenn man mal vorne anfängt, man liest das Matthäus-Evangelium und danach das von Markus, dann hat man das Gefühl, das hat man doch alles schon einmal gelesen. Das liest sich alles so wie ein Déjà-vu. Und dasselbe passiert auch bei Lukas. Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten, deswegen sagt man, das sind die synoptischen Evangelien. Und das Johannes-Evangelium, das weicht doch recht auffällig davon ab. Nimmt man sich mal die drei synoptischen Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas. Und man würde jetzt so ein Grundgerüst erstellen vom Leben Jesu, wie das so da geschildert wird. Alle Evangelien hören auf mit der Verurteilung von Pontius Pilatus und der Kreuzigung. Das ist überall gleich. Aber was passiert bis dahin? In den synoptischen Evangelien geht die Geschichte ungefähr folgendermaßen. Jesus wird von einer Jungfrau in Bethlehem geboren. Danach wird er von Johannes dem Täufer getauft. Er geht in die Wüste und wird von dem Teufel in Versuchung geführt. Danach kehrt er zurück zu seinem Volk und predigt vom Reich Gottes. Im besonderen Maße auch in Form von Gleichnissen, um es einfach ständig zu machen. Er wirkt mehrere Wunder. Er treibt Geister aus. Er heilt Leberkranke. Er heilt einen Taubstummel. Danach erfolgt die Verklärung. Jesus geht mit einigen Jüngern auf einen Berg, wird in eine Wolke aufgehoben mit den Propheten Moses und Elia. Gegen Ende hin lesen wir von dem Abendmahl. Das letzte Abendmahl von Jesus im Kreis seiner Jünger. Nach dem Abendmahl geht er raus mit seinen Jüngern in den Garten von Gethsemane. Dort wird er verhaftet und dem jüdischen obersten Gericht zum Prozess vorgeführt. Das ist so das Grundgerüst in allen synoptischen Evangelien. Nichts von all dem, was ich gerade aufgezählt habe, steht im Johannes-Evangelium. Nicht ein einziges Detail. Man kann das auch einmal nachprüfen. Man findet nicht die Jungfrauengeburt. Man findet nicht einmal das letzte Abendmahl. Man findet nicht ein einziges Gleichnis dort. Man findet keine Predigen vom Reich Gottes. All das finden wir nur in den ersten drei Evangelien. Und da taucht schon einmal die Frage auf, wo kommt das her? Können wirklich verschiedene Personen dieselbe Person auf so unterschiedliche Art und Weise beschreiben? Unterschiede an sich sind nicht so dramatisch. Wenn ich mir vorstelle, heute würden zwei oder drei verschiedene Personen eine Biografie von der Bundeskanzlerin Angela Merkel verfassen, dann würden die sich eigentlich auch nicht alle exakt gleichlesen. Jemand von der CDU würde vielleicht ein bisschen positiver schreiben als jemand von der SPD. Das ist alles normal. Aber man hätte nicht so einen unterschiedlichen Eindruck, wie das bei den Synoptikern und Johannes ist. Und selbst innerhalb der Synoptika merkt man manchmal, dass dieselbe Geschichte sich nicht gleich liest. Auffällig besonders bei der Auferstehung. Liest man sie mal nebeneinander, dann ist das nicht immer die gleiche Geschichte. Und man kann mal einmal so einen Test machen, indem man sich die Details nebeneinander schreibt. Von Markus, Matthäus und Lukas. Und man stelle sich folgende Fragen. Wer hat das Grab von Jesus aufgesucht? Wie viele Frauen waren das? Welche Namen hatten sie? War der Stein schon weggerollt? Haben sie einen Engel oder zwei Engel oder nur einen Mann gefunden? Was hat er ihnen gesagt? Sind sie anschließend zurückgegangen zu den Jüngern? Haben die Jünger auch das Grab besucht? Wem ist Jesus zuerst erschienen? Wo ist er zuerst erschienen? In Jerusalem oder Galiläa? Was hat er den Jüngern gesagt? Und man wird selbst schnell feststellen, dass man in all diesen Punkten Unterschiede findet. All diese Punkte sind nicht in allen Evangelien exakt gleich geklärt. Das ist auch jetzt keine Sache, die heute erst aufgefallen ist. Das wusste man schon von Anfang an. Und es gibt eine bestimmte Theorie, die das erklären soll. Die Idee dahinter ist folgende. Das sind vier Personen. Und die haben halt dieselbe Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln erklärt. Und dadurch entstehen auch diese Unterschiede. Man stellt sich das vor heute, wenn vier Personen ein Fußballspiel anschauen und die kommen nach Hause, dann ist das nicht immer die gleiche Geschichte. Oder vier Personen, die einen Verkehrsunfall anschauen, die werden auch nicht immer das Gleiche erzählen. Und deswegen hat man sich Folgendes gedacht. Die einen ergänzen sich alle untereinander. Der eine ergänzt die anderen in einem Detail oder dem anderen. Es ist in den 70er Jahren ein Buch erschienen, das nennt sich The Life of Christ in Stereo. Das Leben Jesu in Stereo. Warum Stereo? Stereo ist ja diese Aufnahmemethode, dass ich zwei Mikrofone habe, die nehmen das Gleiche auf. Und am Ende schneidet man das zusammen. Und das ist auch die Idee hinter diesem Leben Jesu in Stereo. Ich habe vier Personen, die nehmen das Gleiche auf. Und am Ende muss ich nur alles zusammenschreiben. Und das hat auch der Autor gemacht. Der hat aus allen Evangelien die Details genommen und daraus quasi ein Super-Evangelium gemacht. Das liest sich manchmal etwas seltsam. Man findet zum Beispiel ein ganz kleines Beispiel. Im Matthäus-Evangelium die Geschichte von Petrus, wie er kurz vor der Verhaftung Jesu, Jesu leugnet. Jesus sagt ihm, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das sagt er so im Matthäus-Evangelium. Im Markus-Evangelium sagt er ihm, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Wie passt das zusammen? Einmal sagt Jesus, bevor der Hahn einmal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Einmal bevor der Hahn zweimal kräht. Wir schalten den Stereo-Effekt ein. Petrus hat Jesus sechsmal verleugnet. Dreimal verleugnet, der Hahn kräht einmal. Noch mal dreimal verleugnet, der Hahn kräht zweimal. So funktioniert der Stereo-Effekt. Wir finden eine Begebenheit in den Evangelien über die Tempelreinigung. Tempelreinigung ist eine Geschichte. Jesus kommt in den jüdischen Tempel. Er sieht die Geldwechsler und wird fürchterlich wütend. Er sagt, was seid ihr für Leute? Ihr habt aus dem Tempel eine Räuberhöhle gemacht. Er stößt die Tische um und schmeißt sie raus. Bei den Synoptikern findet man diese Geschichte ganz am Ende, bevor er gekreuzigt wird. Im Johannesevangelium ist diese selbe Geschichte ganz am Anfang. Danach lebt Jesus noch zwei oder drei Jahre weiter und wird dann erst gekreuzigt. Wie passt das zusammen? Anfang oder Ende? Wir schalten den Stereo-Effekt ein. Es gab zwei Tempelreinigungen. Einmal ist das Ganze am Anfang passiert. Danach hat Jesus zwei Jahre gepredigt. Dann noch einmal am Ende. Dasselbe passiert auch mit der Auferstehung. Die Frauen kommen im Markus-Evangelium zum Grab und sehen eine Person. Im Grab sitzt eine Person, die sagt ihnen, Jesus ist auferstanden. Im Matthäus-Evangelium kommen die Frauen zum Grab und sehen zwei Engel. Wie viele waren das jetzt? Die eine Person, vielleicht war das ein Engel, das kann man sich noch erklären. Aber war das jetzt ein Engel oder zwei Engel? Wir schalten den Stereo-Effekt ein. Es waren zwei Engel. Markus berichtet aber nur von dem einen. Matthäus berichtet von allen beiden. Und jetzt muss man mal kurz einhaken. Wer erzählt auf so eine Art und Weise eine Geschichte? Wenn ich mir vorstelle, heute würden in diesen Raum zwei Engel reinkommen. Wer käme auf die Idee, nur den einen von diesen Engeln zu erwähnen? Erzählt man so eine Geschichte? Wenn ich mir vorstelle, jemand kommt zur Polizei und sagt, heute sind in meinem Haus zwei Einbrecher eingebrochen. Jetzt kommt eine andere Person und sagt, nee, das war ein Einbrecher. Die Polizei würde doch niemals denken, okay, der eine hat nur von dem einen Einbrecher erzählt und der andere hat alle beide erwähnt. Man erzählt doch so nicht eine Geschichte. Wir finden dasselbe bei der Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte, die man so in der Kirche sieht, die steht so in keinem der Evangelien. Die Weihnachtsgeschichte, das ist die Geburt Jesu, die finden wir bei Lukas und Matthäus. Bei Lukas ist die Geschichte folgendermaßen. Die Familie von Jesus wohnt in Nazareth. Jetzt müssen wir einmal nach Bethlehem, um sich in eine Steuerliste einzutragen. Und schon vorher in Nazareth gibt es einen Engel, der kommt zu Maria und verheißt in die Geburt von Jesus. Okay, sie marschieren los nach Bethlehem, tragen sich in die Steuerliste ein, lassen Jesus beschneiden, gehen 40 Tage später nach Jerusalem und dann wieder zurück nach Nazareth, wo sie ja auch ursprünglich herkommen. Bei Matthäus ist die Geschichte anders. Bei Matthäus wohnt die Familie in Bethlehem. Die haben dort ein Haus. Die waren vorher nicht in Nazareth. Und dort wird Jesus auch geboren. Nicht in einem Stall oder in einer Krippe, wie das bei Lukas der Fall ist, sondern ganz normal in einem Haus. Und sie müssen Bethlehem deswegen verlassen, weil der Herrscher von Bethlehem einen Kindermord anordnet. Der Herrscher von Bethlehem, er hört, oh, da soll ein Retter geboren werden, ein König der Juden oder was auch immer. Und er lässt alle Kinder ermorden. Er hört das von den drei heiligen drei Königen, die man kennt. Die tauchen auch nur bei Matthäus auf. Die Familie von Jesus muss fliehen. Sie flieht zuerst nach Ägypten und geht dann von Ägypten nach Nazareth. Und man merkt schon, die beiden Geschichten haben eigentlich überhaupt keine Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeit ist eigentlich nur, dass Jesus von einer jungen Frau in Bethlehem geboren wird. Die Umstände sind vollkommen verschieden. Bei Lukas wohnt die Familie in Nazareth, geht nach Bethlehem, um sich in die Steuerliste einzutragen und wieder zurück. Bei Matthäus wohnt sie in Bethlehem, muss fliehen wegen dem Kindermord und kommt nicht zurück nach Nazareth, weil sie immer noch Angst hat und geht nach Bethlehem. In der Kirche macht man daraus einen Stereo-Effekt. Man wirft das alles einfach zusammen. So wird die dann aufgeführt einmal im Jahr. Da ist die Familie in Nazareth, kommt nach Bethlehem, um sich in die Steuerliste einzutragen. Das ist Lukas. Jetzt ist die Familie in Bethlehem und die Kinder werden ermordet. Das ist wieder Matthäus. Die Familie muss nach Ägypten fliehen. Nicht wie bei Matthäus kommen sie nur von Ägypten nach Nazareth, die gehen nach Jerusalem, das ist wieder Lukas. Und dann erst nach Nazareth. Und auch hier muss ich mich fragen, haben die wirklich die Geschichte so erzählt? Haben Lukas und Matthäus dieselbe Geschichte einfach nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt? Wie passt das überhaupt zusammen? Kann ich mir wirklich vorstellen, dass es alles so passiert und jeder von denen erzählt mir genau 50 Prozent? Was sind das für Geschichtenerzähler? Was sind das für Leute, die mir von einer wichtigen Begebenheit genau die Hälfte jeweils erzählen? Ich kann mir jetzt vorstellen, die haben mir an vielen anderen Stellen im Evangelium mir auch nur die Hälfte erzählt. Ich weiß ja schon, dass sie das hier bei der Weihnachtsgeschichte gemacht haben. Das können die an vielen anderen Stellen auch gemacht haben. Wir finden bei Lukas und bei Matthäus im Zusammenhang mit der Geburt die Abstammung Jesu, seinen Stammbaum. Beide wollen damit zeigen, dass Jesus aus dem Hause David kommt. Die Stammbäume selber haben aber so gut wie keine Gemeinsamkeiten. Fast in jeder Generation unterscheiden sich die Namen. Auch die Anzahl der Generationen, das stimmt alles nicht überein. Was ist hier passiert? Das ist doch eigentlich ein offenkundiger Widerspruch. Es gibt auch dazu eine Erklärung. Ein Stammbaum ist über Josef, der andere Stammbaum ist über Maria. Das ist die Erklärung dafür. Wenn ich aber die Evangelien aufschlage, sind das beide Stammbäume über Josef. Das ist das, was da steht. Es steht nicht einmal über Maria, einmal über Josef. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Hat jetzt wirklich jemand einen Stammbaum über Maria schreiben wollen, aber schreibt statt Maria Josef dahin? Und was sagt mir das für den Rest des Evangeliums? Das ist jemand, der schreibt statt Maria Josef. Vielleicht hat er später einmal statt Jesus Johannes geschrieben. Oder statt Matthäus Judas. Vielleicht war der Verräter gar nicht Judas. Kann der Matthäus gewesen sein? Ich weiß ja, dass er manchmal die Namen so umtauscht. Ich weiß, dass er mir manchmal die Geschichte so erzählt, dass ich gar nicht genau weiß, um wen es da geht. Das hat er ja schon am Anfang gemacht. Über den Tod von Judas erfahren wir an zwei Stellen. Einmal bei Matthäus, einmal bei Lukas. Bei Matthäus geht die Geschichte so. Judas, nachdem er Jesus verraten hat, fühlt sich schlecht, kriegt ein schlechtes Gewissen und er hängt sich. Bei Lukas passiert Folgendes. Judas kauft sich einen Acker, fällt vorne über, sein Bauch quillt auf und die Gedärme kommen heraus. Wie passt das jetzt zusammen? Wir schalten den Stereo-Effekt ein. Es ist Folgendes passiert. Judas hat sich an einem Baum auf seinem Acker aufgehangen. Das steht bei Matthäus. Der war aber nicht tot. Das Seil ist gerissen. Judas ist runtergefallen. Der Bauch quillt auf, die Gedärme kommen raus. Dann war er erst tot. Beide haben mir wieder 50% erzählt. Wer beschreibt den Tod einer Person auf diese Art und Weise? Und ist das überhaupt glaubwürdig, dass diese Leute mir wirklich jeweils 50% erzählen wollen? Ich stelle mir sowas mal in der heutigen Situation vor. Zwei Leute kommen zur Polizei und schildern den selben Tod. Der eine sagt, diese Person hat sich aufgehangen. Die andere Person sagt, diese Person ist die Treppe runtergefallen und hat sich das Genick gebrochen. Käme jetzt die Polizei auf die Idee, ah, da ist bestimmt Folgendes passiert. Der hat sich oben an der Treppe aufgehangen, das Seil ist gerissen, er ist runtergefallen, hat sich das Genick gebrochen. Das macht man doch nicht. Die Polizei würde sofort sagen, hört mal zu, ihr müsst euch entscheiden. Hat er sich aufgehangen oder ist er die Treppe runtergefallen? Aber nicht beides. Und vor allen Dingen, was würde mir das über diese Schriftsteller sagen? Sind das wirklich Leute, die mir ein adäquates Bild von dem Tod einer Person beschreiben? Sagen wir, das ist tatsächlich so passiert. Judas hat sich aufgehangen, das Seil ist gerissen, sein Bauch quillt raus und so weiter. Wenn das so passiert ist, hat Matthäus mir tatsächlich den Tod von Judas glaubwürdig beschrieben? Der einfach sagt, er hängt sich auf. Hat Lukas mir den Tod eindeutig beschrieben? Glaubwürdig? Wo er einfach sagt, er fällt vorne über und der Bauch geht auf? Das können sie an anderen Stellen auch gemacht haben. Ich weiß ja von diesen beiden Personen, dass keiner von beiden mir wirklich glaubhaft erzählt, wie eine Person zu Tode gekommen ist. Das haben sie ja bei Judas schon gemacht. Das sehe ich ja hier. Vielleicht ist das bei Jesus ja auch passiert. Vielleicht ist Jesus ja gar nicht am Kreuz gestorben. Kann ja sein. Ich weiß ja, dass Matthäus mir manchmal den Tod von einer Person beschreibt und die ist gar nicht gestorben. Das kann ja bei Jesus auch passiert sein. Einmal ist das ja schon passiert. Warum nicht an anderen Stellen? Warum argumentiert man überhaupt so? Der Polizist, der käme ja auch nie auf die Idee, das sind zwei Leute, die mir denselben Tod beschrieben haben. Der Polizist würde sofort sagen, einer von euch beiden hat gelogen. Warum ist das nicht bei den Evangelien so? Das ist doch die natürliche Reaktion. Man sagt doch sofort, einer von beiden hat gelogen. Warum passiert das hier nicht? Bei den Evangelien darf das nicht sein. Denn die Problematik ist klar. Wenn einer von den beiden gelogen hat, in einem bestimmten Detail, hat er vielleicht auch an anderen Stellen gelogen. Oder sich einfach vertan. Und kann man sich wirklich vorstellen, es wäre das Wort Gottes, wenn es Widersprüche gibt? Das ist die Idee, die überhaupt erst dahinter steckt. Darum argumentiert man so. Im normalen Leben käme man nie auf so eine Idee. Im normalen Leben ist die Sache klar. Einer von beiden, Matthäus oder Lukas, hat mir die Situation nicht recht beschrieben. Was mache ich aber, wenn sich Widersprüche offenkundig ergeben? Wie beispielsweise mit der Taufe von Jesu. Im Johannes-Evangelium Kapitel 3 wird beschrieben, dass Jesus zusammen mit seinen Jüngern getauft hat. Im Kapitel 4, nur ein Kapitel später, steht, dass Jesus nicht getauft hat. Nur die Jünger. Was war das jetzt? Das ist noch im selben Evangelium. Das ist nicht mal ein anderer Schreiber. Johannes schreibt in Kapitel 3, Jesus hat zusammen mit seinen Jüngern getauft. In Kapitel 4 schreibt er, Jesus hat nicht getauft, nur die Jünger selber. Einmal ja, einmal nein. Was ist jetzt die Erklärung? Es gibt auch dafür einen Stereo-Effekt. Jesus hat nicht selber getauft. Aber die Jünger haben im Namen Jesu getauft. Und deswegen haben sie symbolisch quasi anstelle von Jesu getauft. Deswegen steht einmal ja, einmal nein. Aber jetzt mal umgekehrt. Beschreibt man so eine Situation auf diese Art und Weise? Wenn ich sagen möchte, eine Person hat etwas auf eine symbolische Art und Weise gemacht, dann kann ich das genau so ausdrücken. Diese Person hat das symbolisch getan. Punkt. Ich käme ja nie auf die Idee, das so zu beschreiben, die Person hat das gemacht. Ein Kapitel später sage ich, die Person hat das nicht gemacht. Und der Leser muss jetzt darunter verstehen, das war nur symbolisch. Wenn er das wirklich gemeint hat, schreibt das doch. Schreibt, die Jünger von Jesus haben symbolisch in seinen Namen getauft. Das ist doch nicht schwer. Ein normaler Mensch beschreibt das doch gar nicht auf diese Art und Weise. Und was sagt mir das für den Rest des Evangeliums? Ich weiß von diesem Autor, ich kann mich nicht einmal darauf verlassen, was er schreibt. Er schreibt manchmal ja, obwohl nein gilt und umgekehrt. Das kann an anderen Stellen auch noch gewesen sein. Vielleicht war ja die Kreuzigung von Jesu, vielleicht war das ja gar nicht echt. Das kann ja nur symbolisch gewesen sein. Er hat das ja schon mal an einer Stelle gemacht. Er hat ja schon mal an einer Stelle mir eine Sache so klar und deutlich beschrieben und das war gar nicht echt, das war nur symbolisch. Das kann ja an jeder anderen Stelle in diesem Evangelium genauso gewesen sein. Und es gab tatsächlich im zweiten Jahrhundert christliche Gruppierungen, die haben genau das gesagt. Jesus wurde dem Anschein nachgekreuzigt, das war nicht echt und so weiter. Kann ja auch hier sein. Wenn ich aber jetzt anfänge, Widersprüche auf diese Art und Weise aufzulösen, was kann ich dann noch mit der ganzen Geschichte anfangen? Was kann ich mit der Geschichte anfangen, wenn ich nicht einmal mich auf Ja oder Nein verlassen kann? Ich weiß es ja nicht. Aber ich kann eines ganz sicher sagen. Wenn ich einen Widerspruch wie diesen auflösen kann, dann kann ich jeden anderen Widerspruch auflösen. Es gibt keinen größeren Widerspruch wie zwischen Ja und Nein, schwarz und weiß. Noch größer kann ein Widerspruch nicht sein. Ich kann deswegen jetzt schon sagen, es gibt im Johannes-Evangelium keine weiteren Widersprüche mehr. Es gibt auch keine Widersprüche zwischen dem Johannes-Evangelium und einem anderen. Es gibt auch keine Widersprüche mehr zwischen dem Johannes-Evangelium und irgendeinem x-beliebigen Buch auf diesem Planeten. Ich kann ja jeden Widerspruch auf die gleiche Art und Weise auflösen. Es gibt Evangelien, in denen wurde Jesus gar nicht gekreuzigt. Die sind nicht in der Bibel, sind verschollen, waren andere christliche Gruppierungen. Ist das ein Widerspruch? Ist es ein Widerspruch, wenn ein Evangelium schreibt, Jesus wurde nicht gekreuzigt und das andere Evangelium schreibt, er wurde gekreuzigt? Ist das ein Widerspruch? Überhaupt nicht. Es ist gar kein Widerspruch. Ich kann das auf die gleiche Art und Weise auflösen. Ich kann sagen, das war ein symbolischer Akt. Kreuzigung war eine Erniedrigung, aber Jesus wurde eigentlich erhöht durch die Kreuzigung. Ich kann eine Geschichte dazu erfinden und ich kann den Widerspruch auf diese Art und Weise auflösen. Das führt aber natürlich dazu, dass ich mit den Informationen in der Evangelium gar nichts mehr anfangen kann. Ich weiß nie, ob das tatsächlich so passiert ist. Ist es so gewesen? War das nur symbolisch? War das doch nicht so? War es wirklich so oder steckt vielleicht was anderes dahinter? Wenn man sich alleine diese Weihnachtsgeschichte anschaut, es sind so viele Details, die der eine schreibt und der andere nicht und umgekehrt. Und entscheidende Details, um überhaupt diese Geschichte zu verstehen, überhaupt den Hintergrund, warum sind die von hier nach da gegangen, ganz entscheidende Details fehlen. Bei Judas wird der Tod überhaupt nicht akkurat beschrieben. Völlig missverständlich. Bei der Abstammung werden die Namen vertauscht. Ich kann mich nicht mal mehr auf die Namen verlassen, die da stehen. Es kann immer ein anderer Name sein. Bei der Taufe von Johannes sehen wir Ja und Nein. Ich kann mich nicht einmal mehr auf Ja und Nein verlassen. Was kann ich jetzt mit der ganzen Information überhaupt anfangen? Bei der Weihnachtsgeschichte kann man immer noch sagen, naja, gab es einen Kindermord, warum sind die nach Ägypten gegangen, das ist ja unbedeutend. Wir finden aber dasselbe bei ganz entscheidenden Details. Details, die entscheidend sind für den christlichen Glauben. Wir wissen, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Und das ist nicht einfach so eine Kleinigkeit. Das war einmal Teil des christlichen Glaubensbekenntnisses. Die Informationen finden wir aber nur bei Matthäus und bei Lukas. Markus und Johannes erwähnen nichts davon. Die Himmelfahrt Jesu ist ebenso ein entscheidendes Detail, Teil des christlichen Glaubensbekenntnis 1 gewesen. Er schreibt aber nur Lukas davon. Die Tatsache, dass Jesus nicht einfach nur geboren wurde, sondern vor allen Zeiten schon existiert hat, steht nur am Anfang des Johannes-Evangeliums. Markus, Matthäus und Lukas schreiben nichts darüber. Das sind entscheidende Details. Es geht nicht mehr darum, warum sind die nach Ägypten geflohen. Hier geht es um Details des christlichen Glaubensbekenntnisses. Und soll ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Leute diese Details durch andere ergänzen lassen wollen? Wie soll das in der Praxis ausgesehen haben? Im Jahre 70 sitzt Markus in Rom und schreibt sein Evangelium. Und er fängt an und schreibt über Jesus. Eigentlich müsste er ja mit der Jungfrauengeburt anfangen. Hat er sich jetzt gedacht, okay, Jungfrauengeburt, ach, das kann Matthäus später nachreichen. Und dann schreibt er weiter bis zum Ende. Tod, Auferstehung Jesu, jetzt müsste die Himmelfahrt kommen. Himmelfahrt, ach, das kann Lukas machen. Lukas macht die Himmelfahrt. Hat er sich wirklich das so gedacht? Die Evangelien sind ja an verschiedenen Orten geschrieben. Das ist die ganz offizielle kirchliche Theorie. Markus in Rom, Matthäus in Syrien, Lukas vielleicht in Ägypten oder auch in der Türkei. Wie soll ich mir das vorstellen? Hat Markus tatsächlich im Jahre 70 in Rom gesessen und sich überlegt, naja, Jungfrauengeburt, das kann zehn Jahre später Matthäus in Syrien machen? Woher wusste er denn überhaupt, dass zehn Jahre später Matthäus in Syrien ein Evangelium schreibt? Und woher wusste er, dass er die Jungfrauengeburt erwähnt? Und selbst wenn er das gewusst hätte, woher hätte Markus wissen wollen, dass irgendwann einmal eine Bibel entsteht, wo alle vier Evangelien nebeneinander erscheinen? Dass man die entscheidenden Details überhaupt erstmal aus den anderen Evangelien herausfischen kann? Woher hätte Markus das wissen wollen? Konnte er doch gar nicht. Zu seiner Zeit im Jahre 70, da gab es keine Bibel, da gab es kein neues Testament. Da gab es verschiedene Autoren an verschiedenen Plätzen, die haben ein Evangelium geschrieben. Dass die irgendwann einmal gesammelt werden würden und welche das sind, das konnte er gar nicht wissen. Aber es gibt einen Detail, weshalb ich glaube, dass die überhaupt gar nicht diese Idee hatten, dass sie sich einander ergänzen wollten. Es gibt einen Detail, das finden wir in allen Evangelien. Alle Evangelien beschreiben, wie Jesus nach Jerusalem kommt. Und sie sagen dabei, dass Jesus auf einem Esel reitet. Der kommt nicht zu Fuß, der wird nicht getragen einer Sänfte, der reitet nicht auf einem Pferd, auf einem Kamel, auf einem Esel. Das sagen alle vier Evangelien. Jesus reitet auf einem Esel nach Jerusalem. Auf einem Esel. Das finden wir bei Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Dieses für den christlichen Glauben so vollkommen belanglose Detail erwähnen mir alle vier Autoren. Die entscheidenden Details vom christlichen Glauben, Jungfrauengeburt, Himmelfahrt, die Existenz Jesu vor allen Zeiten, erwähnten wir nur der eine oder mal der andere. Haben die sich das wirklich so gedacht? Was würde mir das über diese Autoren sagen? Mir würde das über alle vier Autoren sagen, dass sie vollkommen ungeeignet waren, eine Biografie von einer bekannten Persönlichkeit zu verfassen. Denn alle Autoren erzählen mir brühwarm, belanglose Details und lassen entscheidende Details einfach so unter den Tisch fallen.